Willkommen zu einem weiteren Artemis V-Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie, wie Sie die User-Documentation Ihrer Daten in Reports einbinden können. Damit gestaltet sich die Erstellung von Reports noch komfortabler, da zum Beispiel bei der Neuberechnung eines Reports diese Informationen automatisch an die jeweiligen Inhalte angepasst werden. Zunächst wird in einem Pool-Projekt ein Report berechnet. Dabei ist eine Marke, zwei Analysen und ein Report als Destination Element angewählt. Nun öffnet sich eine Reportvorlage als neues Dokument. Zur weiteren Bearbeitung des Reports wird ein zuvor abgespeichertes Layout verwendet. Klicken Sie dafür auf den Pfeil neben Add Page in der oberen Menüleiste. Hier können Sie Standard oder zuvor gespeicherte Seitenlayouts einfügen. Die erste Seite mit dem Standardlayout wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Nun werden in den Diagrammen die berechneten Analyseergebnisse gebunden. Wie Sie einen Report mit Analyseergebnissen erstellen, erfahren Sie in einem separaten Tutorial. In der zweiten Überschrift des Reports sollen nun Informationen aus der User-Documentation gebunden werden. Ähnlich wie Analyseergebnisse in Diagrammen passen sich diese Informationen automatisch an, wenn der Report zum Beispiel mit einer anderen Marke mit entsprechender User-Documentation neu berechnet wird. Klicken Sie zunächst auf das Textfeld, in dem die Informationen gebunden werden sollen. In den Properties erreichen Sie unter Textpattern mit einem Klick auf dem Pfeil sämtliche Informationen, die angezeigt werden können. Zum Beispiel können Sie Informationen aus der System-Documentation und Einträge aus der User-Documentation einfügen. Gehen Sie dafür auf Documentation. Im Moment ist noch keine Information verfügbar, da noch keine Bindung für das Textfeld vorhanden ist. Setzen Sie unter Data Binding und Available Data beim gewünschten Eintrag in der Liste einen Haken. Nun können Sie unter Documentation auf alle für das ausgewählte Element zur Verfügung stehenden Informationen zugreifen. In diesem Fall soll der Gerätehersteller und der Betriebsmodus aus der User-Documentation in die Überschrift übernommen werden. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Punkt in der Liste erscheint der Eintrag unter Textpattern. Der Standardeintrag Mark Group Name soll in diesem Fall nicht angezeigt werden und wird gelöscht. Trennen Sie die Einträge unter Textpattern mit einem Komma und Leerzeichen. Andernfalls werden die Einträge ohne Leerzeichen in die Textbox geschrieben. Nun werden die Informationen aus der User-Documentation für die gebundenen Daten angezeigt. Speichern Sie den eben erstellten Report auf der Festbatte, um ihn für die Berechnung weiterer Messungen wiederzuverwenden. Berechnen Sie nun eine weitere Marke mit dem erstellten Report, die mit demselben Documentation Template dokumentiert wurde. Setzen Sie dafür bei der entsprechenden Marke im Sourcepool einen Haken. Wählen Sie nun in den Properties des Report Elements from existing report und den eben erstellten Report aus. Bei der Berechnung des neuen Reports werden nicht nur die Analysen für die neue Marke berechnet, sondern auch die eben definierten Informationen aus der User-Documentation automatisch in die Überschrift geschrieben. Berechnen Sie eine weitere Marke und die Inhalte des Reports werden erneut aktualisiert. Damit haben Sie einen Überblick bekommen, wie Sie Informationen aus der User-Documentation in Reports einbinden und haben so die Möglichkeit, die Dokumentation Ihrer Daten noch sinnvoller zu nutzen und Reports in kürzerer Zeit zu erstellen.